Kapitel 7. Musik. Mit ihr steht und fällt die Party. Musik hören ist ein Genuss. Musik machen eine Gnade. Gudrun Kropp. Das wohl wichtigste Kapitel dieses Buches für dich als DJ. Dein Musikrepertoire ist das bedeutsamste Element, um als Dissjockey tätig zu sein. Klar, du benötigst Technik, Persönlichkeit und die Fähigkeit Menschen zum Tanzen zu motivieren. Deine Musikauswahl ist das Fundament deiner Arbeit, dein Werkzeug und du musst wissen, wie du es einsetzt. Musikauswahl, die Basics. Wie oben bereits geschrieben ist dein CD-Koffer bzw. deine Festplatte dein Werkzeug und ein wichtiger Aspekt für deine Auftritte. Deine Auftraggeber und ihre Gäste werden dich aufgrund deiner Musikzusammenstellung entweder als guten oder schlechten DJ einstufen. Deshalb solltest du, gerade als Newcomer, schnell lernen, wie du Musik zusammenstellst, um gute Musik zu spielen. Gerade dann, wenn du noch keine oder wenig Erfahrung mit dem Mikrofon hast. Und genau das lernst du in diesem Kapitel. Stimmung aufbauen mit System. Ob ich auf einer Hochzeit, einer Zeltparty oder in einem Club auflege, ist mir eigentlich egal. Ich mache da keine großen Unterschiede, was die Auswahl der Musik angeht. Ich gehe je nach Veranstaltung jedoch auf verschiedene Arten vor. Vor allem stelle ich mir folgende Fragen. Ist die Nummer ein Muntermacher oder ein Blutdrucksenker? Geht die Nummer in die Beine? Ist die Nummer ein Partykracher? Habe ich als DJ und die Gäste bei dem Lied bei speziellen Titeln im Kino Rotz und Wasser geheult? Deshalb spiele ich nur absolute Top-Hits. Mindestens 80% der Musik, die ich spiele, sind Top-Hits. 20% des Abends bestehen aus Musikwünschen und Intuition. Ferner achte ich darauf, dass ich regelmäßige Wechsel der Musikrichtung mache. Somit teile ich den Abend ein in das Set. Ein Set ist die Einteilung in eine Gruppe von zwei bis sechs Titeln einer Musikrichtung. Die gespielten Sets variieren von Veranstaltung zu Veranstaltung und natürlich auch mit den jeweiligen Gästen. Es versteht sich von selbst, dass Hochzeiten, Geburtstage oder ähnliche Events eine größere Musikauswahl verlangen als ein Club, in dem nur eine bestimmte Musikrichtung gespielt wird. Gäste einer Hochzeit werden kürzere Sets eher akzeptieren und begrüßen als Gäste in einem Club. Die Dreierregel. Mit der Dreierregel fährst du immer gut. Du spielst kleine Sets von drei Titeln einer Musikrichtung. So sorgst du immer für die nötige Abwechslung. Gerade am Anfang einer Party zeigst du den Gästen damit deine musikalische Vielfalt. Ferner kannst du zwischen den Sets kurze Moderationen einbauen. To and Out. Die sogenannte To and Out-Regel kannst du anwenden, wenn du ruhige Titel spielst. In der Regel solltest du nie mehr als zwei ruhige Titel hintereinander spielen. Die Party soll ja am Laufen gehalten werden. Und da langsamere Musikstücke auch meistens länger als Tanznummern sind, kommst du hier mit zwei Liedern sehr gut hin. Diese Regel greift auch, wenn eine Musikrichtung von den Gästen offensichtlich nicht angenommen wird. Dann gehst du nach dem zweiten Titel raus und spielst etwas anderes. Ein DJ-Kollege erzählte mir zu diesem Thema folgendes Ereignis. Er spielte einen absoluten Hit als zweites Lied und wollte als dritte Platte noch eine Steigerung einbauen. Doch nach der zweiten Scheibe verließ fast die gesamte Gesellschaft den Saal, um vor der Tür zu rauchen. In solchen Situationen muss ein DJ flexibel sein und darf nicht krampfhaft an seinem Plan festhalten. Rotation. Als DJ ist es dein Job, die Party am Laufen zu halten. Gäste kommen auf die Tanzfläche und verlassen sie auch wieder. Es ist ein Kreislauf und um diesen in Gange zu halten, ist dein musikalischer Mix sehr wichtig. Mit dem Anwenden der Dreierregel gewährleistest du eine Rotation. Zeichensetzen. Oft spielst du am Anfang einer Party Musik, die bei den Gästen noch nicht ankommt. Das soll nicht heißen, dass du diese Musikrichtung im Laufe des Abends nicht noch einmal spielen kannst. Es bedeutet vielmehr, dass die Gäste einfach noch nicht reif für diese Musik sind. Ich habe das Problem, dass ich sobald ich anfange Musik zu machen, von 0 auf 100 gehen möchte. Ich bin dann schon weiter als die Gäste und muss mich bremsen. Also schraube ich das Tempo einfach wieder runter und fange noch einmal von vorne an. Spiele am Anfang des Abends einfach kurze Sets und gehe alle Musikrichtungen einmal durch. Du siehst so sehr schnell, mit welcher Musikrichtung du nach der Begrüßung in den Abend starten kannst. Gerade am Anfang einer Party ist es wichtig, das Publikum zu lesen. Dazu gleich mehr. Außerdem setzt du ein Zeichen und zeigst den Gästen, dass keiner musikalisch zu kurz kommt. Pulver verschießen. Grundsätzlich gilt für alle Events, Partys und Clubs. Verschieße dein Pulver nicht schon am Anfang. Setz dein Werkzeug bewusst ein. So gewährleistest du, dass die Gäste, die schon da sind, bleiben und du noch genügend Power für den Abend hast. Auf Deutsch spiele die Hits nicht schon am Anfang des Abends. Nur das Beste. Auf Hochzeiten und sonstigen gesellschaftlichen Ereignissen spielst du natürlich nur das Beste. Diese Veranstaltungen haben den Vorteil, dass bereits alle Gäste vor Ort sind. Für alle Events gilt, wenn etwas funktioniert, bleib dabei. Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, dass die Musikauswahl, egal wo du auflegst, sehr abwechslungsreich sein sollte. Oldies und Evergreens. Oldies und Evergreens sind ein elementarer Bestandteil deines Repertoires. Besonders wenn du auf Hochzeiten und dergleichen auflegst. Oldies funktionieren generationsübergreifend, da viele von ihnen in Film und in der Werbung eingesetzt werden. Der Opa kennt die Songs noch aus seiner Jugend und die Enkelin aus Film oder der Werbung. Es ist immer ein toller Anblick, wenn der Opa mit der Enkelin zu Songs von Elvis oder den Beatles abrockt und der gesamte Saal in Stimmung ist. Das sind die Momente, die den Gästen in Erinnerung bleiben und die gut sind für deine Mundpropaganda. Spezielle Wünsche, zum Beispiel Volksmusik oder die bösen Onkels. Für einige DJs oft ein Problem, aber gerade auf privaten Feiern wie Hochzeiten, triffst du auf eine sehr gemischte Gästestruktur. Vom Enkel bis zum Opa sind alle Generationen vertreten. Es soll vorkommen, dass sich auch die älteren Gäste Musik wünschen. Diese Wünsche sind dann oft im Bereich der Volksmusik angesiedelt. Spiele ja am besten nur die bekanntesten Hits aus diesem Genres. Ein ewiges Streitthema ist das Wünschen von Musik, die manche in die rechte Ecke stecken. Entscheide selbst, ob du diese spezielle Musik einsetzen willst oder nicht. Aus meiner Praxis. Im Vorgespräch kläre ich mit dem Kunden ab, ob bzw. wie weit ich auf spezielle Wünsche eingehen darf und soll. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei privaten Veranstaltungen vom Gastgeber diese spezielle Musik verlangt wird. Ich bin dazu übergegangen, mir einige Titel in mein Repertoire aufzunehmen und diese dann auch zu spielen. Crowd Reading, Crowd Leading. Ich habe dieses Thema in dieses Kapitel reingenommen, da es viel mit dem Zusammenstellen von Musik zu tun hat. Vorbereitung. Der Schlüssel, um eine Veranstaltung in Schwung zu bekommen, ist Vorbereitung. Schon im Vorgespräch erfährst du wichtige Dinge, wie zum Beispiel, um was für eine Veranstaltung es sich handelt. Für einen Club-DJ heißt das, dass er sich Informationen über den Club besorgt und im Idealfall dort einen Abend als Gast verbringt und sich Notizen macht, was dort für Publikum verkehrt und welche Musik gespielt wird. Für einen Hochzeits-DJ heißt das, dass er schon im Vorgespräch einiges an Informationen über sein Publikum herausfinden kann. Wunschliste des Kunden. Viele DJs tun sich schwer, wenn sie Musiklisten von ihren Kunden bekommen. Sie fühlen sich zur Jukebox degradiert. Ich nehme diese Listen immer sehr dankbar an, da sie mir die Vorbereitungen leichter machen. Tante Trude oder Otto Normalverbrauch. Als DJ beschäftigst du dich fast jeden Tag mit Musik. Du bekommst Promos, Mashups, Remixe und so weiter. Gäste auf einer Veranstaltung tun das jedoch nicht. Wichtig ist zu wissen, mit welcher Art Gästen du es zu tun hast. Meistens sind es ganz normale Menschen, die einen anständigen Beruf nachgehen und nicht jede Woche auf Partys oder in Diskotheken gehen. Tante Trude aus Buxtehude geht vielleicht einmal im Jahr auf das Schützenfest im Dorf und wird privat auf einen Geburtstag oder eine Hochzeit eingeladen. Hier kannst du dir folgende Fragen stellen. Was hört der Otto Normalverbraucher? Wo und wie konsumiert er Musik? Die meisten Menschen konsumieren Musik im Radio. Dies tun sie auf dem Weg zur Arbeit, im Büro, auf der Baustelle und so weiter. Ein guter Indikator, um herauszufinden, was normale Menschen gerne hören, sind die jährlichen Hörerscharts, wo die Hörer ihre Top-Hits abgeben und wählen, welche davon gespielt werden. Bei einigen Sendern sind es meist 100 oder 200 Titel. Besorge dir zur Vorbereitung diese Playlisten, der einschlägigen Sender deiner Region. Zur Vorbereitung kannst du dir auch entsprechende TV-Sendungen anschauen oder zumindest die Playlisten besorgen. Die ultimative Chartshow ist zum Beispiel ein Füllhorn an Musiktiteln aus allen Genres und Epochen. Anhand des folgenden Beispiels möchte ich erläutern, wie ich schon in der Vorbereitung eine Vorstellung meines Musikprogrammes grob vor Augen habe. Eine Hochzeitsgesellschaft von 100 Personen teilt sich wie folgt auf. 20 Personen sind zwischen 60 und 80 Jahre, zum Beispiel Großeltern, Tanten, Onkels und so weiter. 40 Personen sind zwischen 30 und 50 Jahre, das Brautpaar, die Geschwister, Freunde, Verwandte. Zehn Personen sind zwischen 15 und 30 Jahre, Geschwister, Verwandte. Zehn Personen sind unter 15 Jahre, das sind die Kinder des Brautpaares, Kinder von Verwandten und so weiter. Und hier kommt etwas Psychologie ins Spiel. Es ist hilfreich zu wissen, in welchem Alter sich der Musikgeschmack eines Menschen bildet. Im Alter von 11 bis 18 Jahren lösen sich Jugendliche von den Eltern als Vorbild ab und identifizieren sich durch Musik mit bestimmten Personengruppen und Eigenschaften. Im umgenannten Zeitraum gehen Menschen auf ihre ersten Partys, entdecken die Liebe, haben Schmetterlinge im Bauch, treten ins Berufsleben ein und so weiter. Was du auf jeder Veranstaltung versuchen musst, ist, den Gast musikalisch in diese Zeit zurückzuholen. Im Idealfall löst du damit viele positive Erinnerungen bei den Gästen aus. Mit den oben genannten Angaben kannst du dich dann musikalisch schon grob einrichten. Wenn du Musik aus allen Genres und den jeweiligen Epochen dabei hast, dann bist du schon sehr gut vorbereitet. An dieser Stelle kann ich mein Buch todsicher durch jede Party empfehlen. Ich habe die oben genannten Dinge bereits für dich durchgemacht und die Top-Titel der letzten 60 Jahre zusammengestellt. Ich lasse mir zur Vorbereitung auch gerne Wunsch-Titellisten der Auftraggeber geben. Must-Plays. Ich mache mir in meiner Software einen Ordner und bediene so die Wünsche der Auftraggeber sehr gezielt. Natürlich lasse ich mir auch die No-Go-Titel nennen, damit ich mich nicht am Veranstaltungsabend in die Nesseln setze. Clubs und öffentliche Veranstaltungen. Das oben genannte Beispiel für die Gästestruktur ist für öffentliche Veranstaltungen bedingt einsetzbar. Du weißt oft nicht, was dich erwartet. Bei einer Ü30-Party mag das vielleicht noch recht klar sein, aber was ist, wenn du auf einem Stadtfest mit Laufkundschaft auflegst? Oder auf einer Partymeile wie der Reeperbahn oder der Düsseldorfer Altstadt, wo jede Woche andere Gäste meist Touristen verkehren. Ein wichtiger Hinweis, den du auch hier ansetzen kannst, ist der von Tante Trude. Was bei öffentlichen Veranstaltungen und den Clubs auch immer gut zu beachten ist, wie sind die Gäste Besucher gekleidet? Sind es Gruppen, zum Beispiel Junggesellenabschiede, Mannschaften, Belegschaften, Kegelclubs und so weiter? Was sind das für Gruppen? Frauen, Männer, gemischte Gruppen? Wie sind die Menschen gekleidet? Wie viel Alkohol wurde bereits getrunken? Du kannst mir jetzt glauben oder machst diese Beobachtung selbst. So wirst du feststellen, dass die meisten Frauen gerne tanzen. Deutsche Männer aber nicht. Sie stehen lieber an der Theke. Je mehr Alkohol die Gäste trinken, desto lockerer werden sie. Das ist alles keine Hexerei. Das siehst und erkennst du, wenn du dir Referenzgruppen aussuchst und beobachtest. Scannen. Viele DJs machen den Fehler und schauen zu sehr auf die Tanzfläche, vergraben ihren Kopf in den Bildschirm oder konzentrieren sich darauf, einen perfekten Übergang hinzubekommen. Du musst den Raum permanent im Auge halten, wie Kit, das Autor aus Knight Rider, das für Michael Knight die Umgebung scannt. Du suchst die Referenzpersonen beziehungsweise Gruppen und beobachtest deren Verhalten und Stimmung. So kannst du viel eher das entwickeln, was DJs gerne Bauchgefühl nennen. Du siehst, wann die Gäste anfangen mit den Füßen zu tippen und sich mit der Musik mit zu bewegen. Die Lust am Feiern steigt auch mit jedem weiteren alkoholischen Getränk. Und wenn du das siehst, dann brauchst du kein Bauchgefühl mehr. Du kannst dich immer darauf verlassen. Der Kodex. Ein ungeschriebenes Gesetz unter DJs ist, dass kein Titel mehr als einmal pro Abend gespielt werden sollte. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Ein Top-Hit aus den Charts kannst du natürlich auch durchaus zweimal spielen. Das bedeutet für dich, dass du die Top-Hits nicht zu früh am Abend spielen solltest. Setz sie als Highlights ein. Ein absolutes No-Go ist ein und denselben Song innerhalb einer Stunde zweimal zu spielen. Unprofessionell ist es auch, einen Titel mehr als zweimal am Abend aufzulegen. Als ich eines Abends privat in einer Diskothek war, in der ich auch arbeitete, habe ich etwas beobachten können, vor dem ich alle angehenden DJs nur wahren kann. Der Kollege, der an dem Abend auflegte, spielte drei bestimmte Titel immer wieder hintereinander in derselben Reihenfolge. Wenn er diese drei Titel spielte, war die Tanzfläche voll. Dann spielte er drei bis vier andere Titel und die Tanzfläche lehrte sich schlagartig. Wenn das der Fall war, spielte er sein kleines Dreierset erneut und zwar exakt der gleichen Reihenfolge. Das ganze 15 Mal an diesem Abend. Das sagt eine Menge über den Kollegen aus, oder? Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, aber die meisten DJs, die ich kenne, nehmen den Kodex sehr ernst und spielen keinen Titel doppelt. Qualität vor Quantität oder auch die Größe deines Repertoires. Als professioneller DJ musst du deinen Grundstock an spielbaren Titeln haben. Du solltest dich also fragen, habe ich ein Musikrepertoire, um auf den verschiedensten Veranstaltungen auflegen zu können? Für viele Dish-Dockeys trifft das leider nicht zu. Ich kenne DJs, die sich damit rühmen, dass sie 100.000 Titel auf der Festplatte haben und dann doch immer nur das gleiche spielen. Sie denken, die Menge macht's. Ich kann kaum noch zählen, wie oft ich folgenden Satz schon zu hören bekommen habe. Mein Kumpel ist auch DJ. Der hat viel mehr CDs als du. Du hast ja nichts auf den Kasten. Du hast ja nur einen Koffer. Schön für seinen Kumpel. Ich komme auf vielen Partys mit fünf bis zehn CDs aus, beziehungsweise heute mit einer begrenzten Anzahl an MP3s auf meiner Festplatte. Warum? Weil der Großteil der Gäste immer dasselbe hören möchte. Eine Mischung aus den aktuellen Hits und den Evergreens. Und bei 20 Titeln pro CD macht das bei zehn CDs 200 Titel. Für viele allerdings eine gewagte These. Mir ist natürlich klar, dass du als neulich nicht mit einem idealen Repertoire startest. Eine umfangreiche Musiksammlung stellt sich auch nicht von alleine über Nacht zusammen. Du solltest dein Repertoire jedoch kontinuierlich aufstocken. Gehe nach dem Motto vor, nicht alles, aber von allem etwas. Aus eigener Erfahrung und vielen Gesprächen mit Kollegen kann ich sagen, dass du mit circa 800 bis 1000 Titeln in deinem Stammrepertoire auskommen wirst. Darunter die meistgespielten Titel der Radiorotation und von Top 40 Bands. Natürlich wird diese Liste jedes Jahr ergänzt mit den Top Hits des entsprechenden Jahres. Das sind meist fünf bis zehn Titel, die in Zukunft auch weiterhin spielbar sein werden, weil sie sich zu Evergreens entwickelt haben. Ein geschätzter Kollege von mir, der seit 30 Jahren professioneller DJ ist, spielt seit beinahe 30 Jahren in seinen zwei bis drei Stunden Sets fast immer dieselben Titel, aufgemischt mit den aktuellen Top Hits. In seinen beiden Koffern sind nur Titel, die auch wirklich funktionieren. Hilfsmittel oder die Titelliste. Ein wunderbares Hilfsmittel ist die Auflistung der Titel, die du im Repertoire hast. Die Liste kannst du auslegen, damit die Gäste darin stöbern und sich Titel wünschen können. Aber auch für dich als DJ ist eine Titelliste eine große Hilfe. Oft stehst du auf dem Schlauch und weißt nicht, was du im Anschluss an einem Titel spielen sollst oder auf welcher CD der nächste Titel ist. Ein Blick in deine Liste und du siehst wieder klarer. Auf Veranstaltungen setze ich gerne die 80-20-Regel ein. 80% der Titel spiele ich von der Liste und 20% überlasse ich meiner Intuition bzw. den Wünschen der Gäste. Du kannst dir die Mühe machen, die jeweiligen BPM hinter die Titel zu schreiben. Ich habe lange überlegt, ob ich hier eine Liste mit den 800-1000 meistgespielten Hits auf Veranstaltungen, Clubs und Diskotheken aufführe. Da mittlerweile aber fast jeder DJ digital auflegt und die Festplattengrößen sich in den 100er Gigabytes bis Terabyte bewegen, kannst du alles direkt mitnehmen und über deine DJ-Software verwalten. Der Notfallkoffer bzw. die Notfalltasche Ich habe immer eine CD-Tasche im Auto und auf Veranstaltungen dabei. Manchmal ist es einfach darauf angewiesen, die Musik von CDs abzuspielen, weil sie so viel Musik enthält, dass ich einen Abend lang problemlos gut über die Runden komme. Meine Zauberkiste Gewisse Titel gehören einfach in jedes gute Partyprogramm. Mit diesen Titeln kannst du eigentlich nichts verkehrt machen und hast den Hauptteil des Abends nur gute Musik gespielt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Titel ca. 4 Minuten dauert und wir 40 Titel auf dieser Liste haben, dann sind das bereits fast 3 Stunden Programm und das ohne die Top-Hits des Jahres. Zu jedem Titel spiele ich noch ein bis zwei andere Titel des Genres und komme so todsicher durch jede Party. Du wirst deine eigenen Erfahrungen machen und irgendwann deine persönliche Top-Forti-Liste zusammenstellen. Probiere die Liste doch einfach auf einer nächsten Party aus. Aber mach nicht den Fehler und spiele die Liste eins zu eins, wie es ein Leser der ersten Ausgabe gemacht hat. Es kommt bei vielen Titeln auch auf den passenden Zeitpunkt an. Aus meiner Praxis Um dir einen Einblick in meine Arbeitsweise zu geben. Ich beginne einen Blog immer wie folgt. Mit dem bekanntesten Titeln oder dem langsamsten Titel. Beispiel Rock'n'Roll. Da Titel aus diesem Genre recht kurz sind, spiele ich hier ausnahmsweise einen Blog oft mit 4 oder 5 Titeln. Viele DJs setzen hier auch den Mix von Jive Bunny and the Master Mixes Swing the Mood ein. Ich spiele die Titel, die in diesem Mix verwendet wurden, einzeln. Ich gewinne so eine Menge Zeit und kann mehrere Rock'n'Roll-Blöcke am Abend einbauen. Wenn ich dann zum Beispiel von einem Rock'n'Roll-Blog auf einen Latino-Blog wechseln möchte, so spiele ich Los Lobos mit La Bamba. Wieso? La Bamba passt thematisch in beide Musikrichtungen. Im Anhang des Buches habe ich dir einige Musterblöcke zusammengestellt. Was nicht heißt, dass ich sie immer in der gleichen Kombination spiele. Sie sollen dir nur eine Anregung geben, deine eigene Kreativität spielen zu lassen. Hintergrundmusik Hier bietet sich instrumentale Musik aller Art an. Achte einfach beim nächsten Besuch im Rosteron darauf, welche Musik im Hintergrund läuft. Bewährt haben sich Bar, Lounge, Chillout, Jazz und langsame Popmusik. Der Dinner Talk. Eine Methode, die ich sehr gerne und oft einsetze, ist der Dinner Talk. Mit dieser Methode kann ich schon sehr früh einen guten Kontakt zu den Gästen aufbauen. Früher habe ich es so gemacht, dass ich mich beim Sektempfang unter die Gäste gemischt habe. Zu Beginn einer Feier sind die Gäste allerdings noch in einem anderen Modus. Es bilden sich bzw. sind feste Gruppen, Familie, Kollegen, Kegelclubs und so weiter. In dieser Phase ist es sehr schwierig, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Du bist in dieser Phase der Feier noch ein Fremdkörper. Die Gäste kennen sich untereinander und als Fremder kommst du als Gesprächspartner erstmal nicht in Frage. Ich lasse die Gäste beim Sektempfang weitestgehend in Ruhe und beobachte die Szenerie. Zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen die Gäste dann ihre Plätze ein und warten darauf, dass das Buffet eröffnet wird. Sie haben alle auch einen Riesenhunger, da die Trauzeremonie in der Kirche länger dauerte als geplant. Dann wurden auch noch Fotos gemacht. Bei vielen ist das Frühstück schon lange verdaut und ein Grummeln macht sich im Magen bemerkbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde mit steigendem Hunger aggressiv. Das liegt an dem Unterzucker, der entsteht. Dazu könnte ich dir noch aus Studien zitieren, wieso Menschen aus Hunger töten. Aber das würde zu weit führen. Ich möchte immer relativ früh wissen, wohin der Abend gehen kann. Dazu sind natürlich die oben genannten Vorinformationen wichtig. Aber durch den direkten Kontakt zu den Gästen bekomme ich noch mehr Informationen und kann den Abend besser gestalten. Wie komme ich früh an die Informationen, die ich mir nötige, bzw. wie gehe ich vor, um den Abend schon früh in die gewünschte, in Klammern, meine Richtung zu lenken? Mit dem Dinner Talk. Wenn das Dessert serviert wird, die Gäste gesättigt und nicht mehr so verschlossen sind wie noch zu Beginn der Feier, mache ich folgendes. Während die Gäste ihr Dessert verzehren, gehe ich von Tisch zu Tisch. Ich stelle mich vor und verteile drei bis fünf Wunschzettel. Ich sage zum Beispiel, guten Abend, ich bin Marco und bin der DJ heute Abend. Schreibe mir noch bitte schon einmal einige Musikwünsche auf, damit ich weiß, wohin die Reise gehen kann. Ich gehe jetzt von Tisch zu Tisch und sammle die Zettel gleich wieder ein. Der Vorteil, den ich damit erziele, ist folgender. Ich binde die Gäste in die Musikgestaltung ein. Ähnlich wie ich auch Teilnehmer auf meinen Seminaren und Vorträgen einbinde. Ferner komme ich jetzt viel einfacher mit den Gästen ins Gespräch. Gäste fragen dann auch schon oft, ob ich eine spezielle Musikrichtung oder Künstler dabei habe. So gehe ich also von Tisch zu Tisch und sage meinen Spruch auf. Wenn ich beim letzten Tisch angekommen bin, gehe ich wieder zum ersten Tisch und sammle die Wunschzettel wieder ein. Du merkst bei diesem Vorgehen auch schon, wer Lust hat zu feiern und wer ein Stubenhocker ist. Jetzt habe ich also 30 bis 50 Wunschzettel in der Hand. Schon am Tisch schaue ich auf die Zettel und kann dann dazu was sagen. Hier kommen sehr wenig Diskussionen auf, da die Gäste noch nicht so betrunken sind und aufgrund des Lautstärkepegels ein vernünftiges Gespräch möglich ist. Auch erkennst du hier schon den einen Gast, der dir versucht, den Abend schwer zu machen. Ich glaube, die meisten Leser wissen, was ich meine. Mit der Masse an Zetteln gehe ich nun zu meinem DJ-Platz und sortiere. Ich nehme das Mikrofon und bedanke mich bei den Gästen. Ich erläutere, dass ich nun Musikwünsche habe, die für zwei Tage reichen und dass ich die Musik anfange, etwas lauter zu machen, um sie darauf vorzubereiten, dass es in 10 bis 15 Minuten zum nächsten Höhepunkt des Abends kommt. Der Eröffnungstanz Natürlich dürfen die Gäste den Abend über Musikwünsche äußern. Ich suche mir ein paar Titel aus, die nicht unbedingt partytauglich sind und spiele diese in diesen 10 bis 15-minütigen Zeitfenster bis zum Eröffnungstanz. Der Effekt ist fast immer der gleiche. Der Tisch bzw. die Person, die den Titel aufgeschrieben hat, freut sich. Ich versuche von allen Tischen einen Titel zu spielen, der sich gewünscht wurde. Danach kann ich eigentlich machen, was ich will. Wieso? Ich habe die Gäste mit ins Boot geholt. Die Gäste haben sich Gedanken gemacht und haben das Gefühl, dass sie Einfluss auf die musikalische Gestaltung haben und ich weiß anhand der Musikwünsche, wo die Reise hingehen kann. Ich kann mein Musikprogramm dennoch so wie immer gestalten, da die Gäste von Tisch 1 nicht wissen, was die Gäste von Tisch 10 aufgeschrieben haben. Auf den Wunschzetteln stehen zu 80% immer Titel, die ich meist sowieso in meinem Musikprogramm verwende. Die üblichen Verdächtigen stehen fast immer auf den Wunschzetteln, zum Beispiel den Pop-Party-Mix, Play It Alive von Safri Duo oder Helene Fischer. Ich spiele zum Dinner ein Mix aus bekannter Musik, also Musik, die jeder kennt. Teilweise im Original, teilweise als Cover-Version verschiedener Musikstile. Aber auch Lieder, die eigentlich ins Abendprogramm gehören. Spiele ich schon beim Dinner. Ich höre sehr oft schon beim Essen, dass die Musik gut ist. Dieser Effekt tritt zu Tage, weil ich mir diese Vorgehensweise aus der Werbe-Psychologie zu eigen mache. Musik hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu erregen und auch somit dessen Gedächtnisleistung zu erhöhen. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Der Zuschauer, der gerade nicht zum Bildschirm blickt, soll mithilfe der Musik aufmerksam gemacht werden. Besonders wichtig ist es, dass die Musik die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Teile des Pop-Links. Musik kann auch die Funktion haben, eine positive Stimmung zu erzeugen. Die Gefühle, die Musik beim Zuschauer erzeugt, sollten dabei zum Image des Produktes passen. Die Musik in einem Werbespot für Margarine könnte so zum Beispiel eine fröhliche und frische Morgenstimmung entstehen lassen, sodass beim Zuschauer Lustgefühle aufkommen, die er als vom Produkt ausgehend erlebt. Dementsprechend sollte die Musik in einer Werbung für ein Reiseunternehmen eine Ferien- und Urlaubsstimmung erzeugen. Musik hat die Funktion, das Aktivationsniveau des Zuschauers zu erhöhen. Die Musik soll in ihm eine Spannung auslösen und mitreißen. Übertragen auf die Musikgestaltung, speziell beim Dinner heißt das, die Gedächtnisleistung kann auch mit Erinnerungen übersetzt werden. Die Musik soll schon die Aufmerksamkeit auf die Musikgestaltung lenken. Mit der Musik erzeuge ich Stimmung. Mit der Musik beim Dinner erzeuge ich schon beim Essen Lust auf Tanzen. Viel Musik für wenig Geld. CD-Serien Früher hatten DJs das Problem, dass sie ihre Musik einzeln als Singles kaufen und schwere Plattenkisten schleppen mussten. Gerade für den Neuling war das immer eine sehr kostspielige Angelegenheit. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, gilt der Grundsatz, kaufe nur, was du brauchst. Die Musik, die du einsetzen kannst, hängt von dem Markt ab, in dem du dich bewegst. Auf Hochzeiten wird andere Musik gespielt als in einer Rockdisco. Die amerikanischen Dish-Hockeys waren uns lange Zeit um Längen voraus. Sie hatten speziell für DJs zusammengestellte CD-Boxen. So enthält das The Complete DJ Kid Platinum Series 1 & 2 800 Titel auf 40 CDs mit allen relevanten Musikstilen. Der Preis lag damals bei 850 US-Dollar. Da du dir deine Musik ja nicht illegal aus dem Internet besorgst, empfehle ich dir folgende CD-Serien. Damit ist dein Werkzeugkoffer reichhaltig gefüllt und du kannst eigentlich auf jeder Veranstaltung auflegen. Wenn wir jetzt annehmen, dass eine Compilation um die 20 Euro kostet, gibst du zum Beispiel für die kompletten Feten-Hit-Serie, insgesamt 40 Ausgaben bisher, rund 800 Euro aus und bist musikalisch bestens ausgerüstet. Übrigens, bei Ebay kannst du diese Compilation-Serien günstig gebraucht erwerben. CD-Serien. Folgende CD-Compilations kann ich dir empfehlen. Auf www.musiksampler.de findest du noch mehr CD-Serien, die du einsetzen kannst. Heutzutage kannst du deine Musik komplett aus dem Netz, zum Beispiel über Streaming-Dienste, beziehen. Im nächsten Absatz erläutere ich auch einen Vorteil von Streaming-Diensten und dem Abspielen aus der Cloud. Der DJ und die GEMA. Bis 2013 hattest du als DJ mit der GEMA nicht viel zu schaffen. Bis dato mussten ausschließlich die Veranstaltungen für die öffentliche Wiedergabe von Musik auf ihren Veranstaltungen GEMA-Gebühren zahlen. Sofern du mit dem Laptop oder gebrannten CDs aufgelegt hast, gab es den sogenannten Laptop-Zuschlag. Der Veranstalter bzw. Club- und Diskothekbetreiber hat somit die von dir eingesetzten, vervielfältigten Tonträger für den Einsatz bei sich lizenziert, zu den GEMA-Kosten, die er eh schon hatte. Als DJ bist du seit 2013 selbst verantwortlich für die Lizenzierung von Kopien. Doch was gilt als Kopie, fragst du dich jetzt? Wenn du einen gekauften oder promoteten Musiktitel kopierst, zum Beispiel von deinem Internetrechner auf deinen Musikrechner, von der Festplatte auf einen USB-Stick, dann handelt es sich um eine Kopie bzw. Vervielfältigung im Sinne des VRÖ-Tarif. Diesen Tarif zahlen auch Plattenfirmen für jeden vervielfältigten Tonträger. Kopierst du eine originale CD als MP3 auf deine Festplatte, dann ist dies eine Vervielfältigung. Wenn du ein Backup hast, dann musst du es erst lizenzieren, sobald du dieses aktivierst. Dies erfolgt dann durch eine Pauschalzahlung. Es gibt auch Möglichkeiten, dass du den VRÖ nicht zahlen brauchst, zum Beispiel, wenn du deine Titel in einer Cloud gespeichert hast und diese von dort aus abspielst. Dies gilt nicht als Vervielfältigung. Manche DJs spielen ihre Musik auch direkt von einem Streaming-Dienst ab. Dank der Flatrate und hohem Datenvolumen ist das mittlerweile auch sehr kostengünstig. Du benutzt Original-CDs bzw. Original-Downloads, die du direkt auf deiner Musikfestplatte speicherst, um sie von dort aus wiederzugeben. Du hast die Möglichkeit, deine Musik pauschal oder einzeln lizenzieren zu lassen. Pauschal bedeutet, dass du einen Fixbetrag pro Jahr bezahlst. Der Stand beim Schreiben dieses Absatzes, dass du 50 Euro zahlst für bis zu 500 Kopien. Für eine Einzellizenzierung zahlst du 13 Cent. Welches Abrechnungsmodell für dich am günstigsten ist, musst du für dich selbst entscheiden. Am besten schaust du auch auf der Seite der GEMA zu dem Thema nach. Hier werden alle Informationen zum Thema regelmäßig aktualisiert. Hier findest du auch die notwendigen Formulare zum Download. Hier werden alle Informationen zum Thema nach.